Gute Morgen, Lara! Guten Morgen! Wir fahren jetzt zur Messe. Heute ist schon der zweite Tag. Das heißt, wir haben Sonntag, den 19.03. Und haben uns gestern schon mal schön eingelebt. Deswegen können wir heute in Ruhe mal ein wenig filmen. Jetzt geht's los. Wenn ich die Horrorfahrt mit Lara überlebe, dann kommen wir bald bei der Messe. Ey, hör mal! Okay, Alba, was gleich. Ich glaube, du musst. Das ist so zwischen den Brücken. Dann ist es richtig. Ja, pack ihn mal. Hallo, wir müssen nach P6. Alles klar. Danke. Da war man nett. War der gestern auch schon da? Ich bin gestern auch da gekommen. Ach so. Wir sind angekommen im Parkhaus. Lara ist schon ausgestiegen, da hinten am Kofferrahmen. Da, im Rotlicht-Milieu. Hallo. Guten Morgen, Selido. Hallo, mein Schatz. Wir freuen sich. Hallo. Was Devil heute Nacht getrieben hat, sehen wir hier. Hier hat er alles umgeschmissen. Guck mal, das ist eigentlich ein Wagen. Hier steht extra nichts. Hier steht extra nichts. So, der Sully hat sein Frühstück. Und ich werde jetzt erstmal ein bisschen misten. Sophie hat da gar nicht geäppelt, muss ich sagen. Aber der hat das bestimmt vertragen. So, wir machen jetzt den Solido fertig. Eher gesagt, die Elli macht den Solido fertig. Und ich stehe daneben und gucke zu. Elli macht das Feintuning, während ich mich umziehe. Beim Nagiert ist er schon. Jetzt geht es besser. Jetzt hörst du viel. Ich kann nicht nochmal laufen. Ich glaube, ich habe jetzt zu viel. Hallo, Lara. Besser, Leo? Ich darf mal wieder anzauern. Ich darf mal wieder anzauern. Ich darf heute auch wieder mal aufrechnen. Oh, schlecht. Ich darf nicht ohne Hälfte kommen. Ich darf nicht anfassen, aber ich darf nicht anfangen. Ich darf nicht anfassen. Ich darf nicht anfangen. Na klar, Herr, wo wir es jetzt sind mit dem Platz gehen. Wie ist das mit dem Platz gehen? Dann geht es um die niederliche Norden. Ich darf nicht anfangen. Jetzt darf nicht hängen. Ich darf nicht anfangen. Jetzt sind wir hier noch das Gleiche. Wir freuen uns unheimlich darüber, Ihnen nun ein paar junge Reiterinnen uns vorstellen zu dürfen, die mit ihren Pferden, mit ihren Polly's ganz erfolgreich auf Touristenplätzen unterwegs sind, ganz erfolgreich mit ihren Pferden arbeiten, ganz viel Freude und Spaß haben und darüber hinaus auch noch in den sozialen Medien berichten und so mittlerweile eine richtig große Anhängerschaft gefunden haben. In dieser Vorführung sehen Sie Pferde im Polly's in ganz unterschiedlichem Gesicht geben. Sie werden von ihren Reiterinnen in der Dessur und in Westen vorgestellt. Zwei der Pferde werden nachher auch noch etwas von ihrer Freibahn anzeigen. Und ich freue mich jetzt unsere Internetstars hier in der Halle begrüßen zu dürfen. Öffnet das Tor und schickt zu uns Lia und Alfie! Da kommt sie gegen die Befugung von Daniela und Daniela, hier ist Anja und Sovino und Lara mit Dämmel. Und last, was noch ließ, Janja, Bettina und Gäste nach Eure 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 Eure. Und seit fünf Jahren und seit drei Phasen sind Sie auf Aloy. Aloy heißt eigentlich Essenzeils Alfonso und es heißt abwertiges deutsches Alfonso. So, jetzt hat die Beifugung hier auch schön aklimatisiert, dass für das Futter und Leckerli ist alles zu körperlos. Und seitdem die Beifugung zusammengewachsen sind, haben Sie mit Ihrer Reitbeerbrille auch mit gelernt, sich immer weiter im Sport zu entwickeln. Und mittlerweile, die Arfonso und die Eure 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 und die Kaufer und LIA selbst wird damals noch eine Prüfung zu dürfen lassen. Das ist die Prüfung, wo die Mama auf den Rollen geht. Das ist die Einsteiger-Prüfung. Das sage ich gar nicht mal so gut. Tag für meine Damen und Herren, da geht es mit mir und LIA an. Und das hat uns dann hinter sich, die schlägt ein International Star. Und das ist mir. Und das ist ein bisschen zu groß. Wir sind hier. Unser Gästchen, sind 25 Jahre jung. Unser Gästchen, die Jahre noch heiraten. Das war auch das Recht von Bayern. Und das macht man nur unterhalten. Das ist gut so, der Rang. Sie reiten zu den Brachen, sehen Sie ja, oder Sie erinnern, oder das muss man in der Lage abgeben. Wenn Sie zu groß geworden sind, die meisten von euch kennen, sind hier, liebe Schindian, weil sie so intensiv und Austausch untereinander. Aber die, die Sie noch nicht kennen, wählen, würde ich natürlich gerne dieses Kartosche. Knut ist Fabianaschalsbesitzerin, dieses 60er, feierischen Mannes. Er heißt richtig, R-G-Z. Dianu. Pups. Vier Weißfüße. Vier Weißfüße. Nicht nur, die Vier Weißfüße. Unter den Brachen, sind auch ein bisschen gefeiert. Und ein Pferdeko, also dem Aus. Vier Weißfüße. Letztes Jahr haben Sie ihre ersten Begleit durch E-Klasse. Fabianaschalsbesitzerin, mitmachen. Außerdem, gab es Dianu. Kleine Zunge, die 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 Zunge. Zunge, auch in die Zunge, die Zunge. Auch zu Rino, kann euch grüßen den Lebensraum in dem er noch steigt und sein Hallow hardships. Die Gewinnung geht gar nicht so klein wie ich aussehe. Ich kann hier noch so ein 3 Meter. Ich schaue und ich dachte, dass selbst die Frau von der Königin zu kennen. Aber selbst hat gesagt, ich bin nicht die Frau von der Königin. Ich brauche einen tollen Freund. Ich schaue mir an einen Pony. Zum Niveau war das erste Pony, werdet ihr sich anschauen können. Und wisst ihr was? Sofort war eines klar. Liebe auf den ersten Blüten. Der ist besorgt sein Sack. Seit über 10 Jahren sind die beiden nun schon ein Team. Das war ähnlich wie Jamiro von Damiana. Damiana, Tornal, der Ereignisse. Und die beiden haben dann also Ausbildung an sich selbst. Und das ist eine bessere Frage, die ihr im Showteam komplett ausprobiert, die eine ganz sanfte Strikaktellier mit der S&D-Beleuchtung hochführen. Und das können wir unter 16 Uhr hier im großen Ring der Gitarre an ihr ganzes Erleben. Und meine Damen und Herren, der Katrin Schoenker ist dann das Team. In den Social Medias. Wuuu! Wuuu! Und jetzt sind wir bei den Social Medias. Wir sind gerade ein 318.000 K steady mitzustimmen, 63.000 auf dem Hut, und 40.000 auf Facebook. Das hätte ich gar nicht nicht mehr erwarten. Das war der Zeit, der in der Stadt 11-Jährigen war, wo sie schon betreffend nach 11-Jährigen waren. Das war ja für den meisten Helden und so, da haben sie zumindest die Kinder. Aber das kann ich endlich so etwas gesagt werden. Also, ob er ihnen zusammen ist, wo sie sie haben. Hätten sie gewusst, was draus geworden wäre, ich glaube, sie haben diese Entscheidung nie gehört. Nachdem hat er für sie als andere ausgebildet und alles, was er gab, und auch was er nicht gab, hat er mit ihr zusammengelegt. So gehen die beiden jetzt nach 9 Jahren zu ihrem gemeinsamen Leben. Und nachdem hat sie einfach gar kein anderes Pferd, als ihr, der vorstellt. Für sie hat er etwas ganz Besonderes. Er ist mehr als so ein Pferd. Er ist ihr bester Freund. Und ihr ganzes Leben. Auf Facebook verfolgen die beiden Mitarbeiter fast 15.000 begeisterte Fans. Und in diesem Jahr ist für die beiden bereits das ein oder andere TV- und Film-Projekt geplant. Und dafür wünschen wir euch viel Spaß und viel Erfolg. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Julie. Okay. Ja, genau. So, einfach mal locker. Und hier, mal bei Estelle, also Marc, die Marc und so große, ne? Also das ist so wie eine riesengroße, eine riesengroße Kauze dazu, die beiden da rum. Setz dich doch mal dazu, setz dich doch mal dazu. Ich weiß, die haben hier alle, die Kameras dabei. Und wir wollen da jetzt auch noch mal liegen, ein Foto im Sand auf der Bibliothek. Wir können aber nicht nur fotografieren. Kameras hoch, nimmst du dir das Lächeln. Das ist ja richtig, mit dem Lächeln. So, kannst du dein Fett nicht machen? Und gestern, ich weiß, alle Kameras sind gespitzt, für die, die es nachher doch nicht schaffen zu verbrechen. Könnt ihr jetzt mal einmal ganz schönlich ins Publikum winken? Ihr Stars, ihr Internetstars, nein! Und jetzt könnt ihr aber noch mit Kameras hier gerade ran. Spitze, so! Na, klasse! Wunderbar, die Fähre grüßen, die Reiter grüßen. Uh, das hätte ich nicht, ich kann Facebook auf, das hast du da nicht. Aber eigentlich kann ich auch nicht Facebook. Ich bin ja auch nicht, ich bin ja auch nicht, ich bin ja auch nicht. Aber ihr könnt aber Instagram mit dir tun. Ich bin ja auch nicht, ich bin ja auch nicht. Neue Sachen, ich weiß. Toll! Ich bin ja auch nicht, ich bin ja auch nicht. Ein Minuten, dann machen wir noch mal eine schöne große Ebenrunde. Und dann könnt ihr noch einmal mal die Kameras schärfen. Und dann machen wir noch mal die Kameras schärfen. Dann machen wir noch mal ganz gut. Und dann machen wir noch mal eine gute Majestätigung. Die Kameras schärfen. Ja, die Kameras schärfen. Ja, die Kameras schärfen. Und dann machen wir noch mal eine gute Kameras schärfen. Also, das war jetzt nicht so. Das hier ist die Wolfsburger 못schmerzen. Das hier ist die Wolfsburger jeden Fallsk cafeter. Vielen Dank.